Ja, natürlich fahren wir nach Unterhaching, um zu gewinnen. Das ist ja ganz klar. Und wenn wir das umsetzen, was wir in den letzten Spielen auch umgesetzt haben, das heißt, im aggressiven Zweikampf reinkommen und die ersten Zweikämpfe direkt gewinnen wollen, dann bin ich mir auch sicher, dass wir den Unterhaching auch etwas mitnehmen. Ja, natürlich steht die Mannschaft im Vordergrund. Ich kann auch nur gut spielen, wenn die Mannschaft gut spielt. Alleine kann ich auch nichts machen und natürlich zählt jetzt der Klassenerhalt und die Punkte, die nötigen Punkte, die wir noch brauchen. Da werde ich alles dafür geben und dass wir zusammen da die Klasse halten.